Am Football, was mir da am meisten Spaß macht, ist einfach der körperliche Kampf gegeneinander. Wir spielen ja für die Stadt Kaiserslautern. Man hat halt wirklich eine Stadt, die man repräsentiert, für die man gerade steht, die man verkörpert und das ist einfach eine geile Sache. Wir sind sehr erfolgreich als Verein, weil wir bei uns alle mit einbeziehen. Die Sportart kann jeder betreiben, egal ob groß, klein, dünn oder kräftig gebaut. Jeder auf dem Feld wird in seiner Position gebraucht. Die Sportart kann jeder in seiner Position gebraucht werden. Die Sportart kann jeder in seiner Position gebraucht werden.